Eine Geschichte, die nie endet, so lange die Dynastie weitergeht. Das ganze Zeug dazu, das haben wir übrigens noch im Inventar, das bringen wir mal schnell weg. Dann haben wir das nämlich auch an dem Platz, wo es hingehört. Und dann müssen wir, ich sehe gerade nochmal schnell was futtern und was trinken. Theoretisch auch mal waschen, das haben wir schon gefühlt seit Jahren hier nicht mehr im Spiel. Aber wir werden ja jetzt eh gleich wieder dreckig, wenn wir weiter bauen. Von daher können wir uns das glaube ich sparen. Futtergug hat sich weiter gefüllt, wie hat er das denn jetzt gemacht? Wir produzieren doch gar kein Tierfutter. Naja, soll mich auch nicht stören, ne? So, einmal Hufeisen, große Satteltasche und da ist der Sattel. Und Wolle haben wir auch noch im Inventar. Müssen wir die auch noch eben wegbringen, aber das ist ja eh auf dem Weg. Tierchen sind auch schon munter, sehr schön. So, dann werden wir uns, wenn wir jetzt im Ressourcenlager sind und die Wolle weg tun, nochmal direkt Bretter und Rundhölzer mitnehmen, dass wir schön ein bisschen was dann bauen können an der Taverne für den Biergarten. Den haben wir ja heute vor. So, erstmal die Wolle rüber. Zap, und da sind die Bretter, haben wir auch mehr als genug. Nehmen wir mal 30 mit. Rundhölzer, ja, sind auch mehr als genug. Na komm, machen wir mal 10, dann passt es vom Gewicht her auch noch. Wir müssen ja noch kurz runter was trinken gehen. Damit es unserem Guten hier auch gut geht. Und wir in Ruhe die Folge hier bauen können. So, einmal, nehmen wir einen frischen Schluck hier. Und dann gehen wir noch schnell was futtern. Und nehmen wir uns wahrscheinlich wieder ein paar Eier raus. Interessant ist, dass der schon seine Arbeitskleidung anhat. Aber noch gar nicht zur Arbeit geht. Was haben wir denn? 7.51 Uhr, gleich ist es soweit. Der findet wohl seine Arbeitskleidung so toll, dass er sogar damit schläft. Gut, können wir mal sehen, wie arbeitsbegeistert der ist. So, nehmen wir uns mal ein paar Eierchen. Ich glaube, die 14 werden reichen. Äh, Inventar. Ziehen wir uns die mal kurz rein. Eins übrig, ja komm. Das essen wir jetzt auch noch eben, das ist nicht so schlimm, das eine. Und dann können wir hier mal anfangen. Ich würde sagen... Ich habe mich immer noch nicht entschieden, aber ich würde sagen, wir machen mal die linke Seite. Ziehen dann... Ziehen dann, würde ich sagen, hier eine Mauer runter. Dass wir gerade zu haben. Machen uns das hier schön zu. Dass man einen großen, schönen Eingangsbereich hat. Und schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Bis hier so weiter. Dass der Zaun dann so knapp hier dran langläuft. Und dann da. Genau, ich würde sagen, den Zaun machen wir mal zuerst. Dann haben wir auch den Grundriss. Ich würde hier aber gerne den Steinzaun bauen. Wir haben ja noch genug Münzen und mittlerweile die Mine, dass wir uns den Steinzaun auch freischalten können. Und dann werden wir den mal direkt setzen. So nah wie möglich natürlich dran. Und so weit außen wie möglich. Ich würde sagen, wieso ist das hier direkt rot? Warte mal, ich laufe schon viel zu weit. So ist... Ja, so ist relativ gerade. Ne, so ist... So ist besser. Bis an die Birke hier. Ich glaube... Oh ja, das passt ziemlich gut. Dann kann man hier den... Nächsten direkt dran setzen, wenn ich es trefflich haben will. So. Ich hoffe, wir kommen jetzt an der Birke vorbei. Ja, sieht gut aus. Ziehen den mal direkt hier komplett runter, wie wir gerade gesagt haben. Ja, nicht in die Straße rein, sondern so bis an die Markierung da vom Weg, wo der halt anfängt. So sieht auch relativ gerade aus. Und dann würde ich sagen, ziehen wir sogar direkt mal hier runter. Dann haben wir das Stückchen schon mal fertig. Na, wo... Da... Da ist es. Würde heißen... Na, bis hier etwa. Ja, sieht gut aus. Dann haben wir das Stück hier. Pass auf, dass der nicht aufs Haus fällt, ne? Oder hier auf unsere neue Bauanlage. Sonst wird's teuer, mein Freund. Obwohl. Der geht jetzt mehr nach hier. Der hätte mehr nach hier gemusst, der Zaun, ne? Die Öffnung nach hier. Also von hinten nach hier wird die Öffnung immer größer. Das heißt, den haben wir nicht so sauber platziert. Heißt, können wir schon mal direkt wieder was abreißen. Das heißt, du bist dann... Na, zeig dir jetzt mal an. Auch hinfällig. Mach mal nochmal eben... Den, äh... Das Stück hier neu vom Steinzaun. So, wieder schön da dran. Ich würde sagen... Schwierig, ne? Das soll ja parallel zu der Mauer da lang... Ah, langlaufen. Ne, so ist zu krass. Ich würde sagen, so in etwa, ne? Na? Dann platzieren's mal eben hier. Ne, das sieht aber einheitlich aus. Okay. Das passt, würde ich sagen. Dann können wir jetzt das Stück hier noch runterziehen eben. Oh, wir haben's viel zu weit gezogen. Oh, ah, hier täuscht der Weg wieder. Okay. Ist auch nochmal ein Stück, was wir korrigieren müssen. Wie das Stück da unten, was mal... Was ich mal neu gemacht hatte im Offscreen. So, da dürfen wir... Na, komm. Da dürfen wir dran. Dann gehen wir einmal wieder runter. Oh, wir sind schon viel zu weit. Bis... Boah. Bis hier, würde ich sagen, ne? Und dann kann man... Ich hoffe, das passt jetzt. Hier läuft's in etwa lang. Ja, das geht. Gucken wir doch direkt, äh... Wo die Mitte hier in etwa dann ist. Ja, ich würde sagen, wir machen das mal bis... Bis hier etwa. Und gucken, dass wir die aber auch gerade runterziehen. So sieht gut aus, würde ich sagen. Dann kann man direkt zur Tür und dann machen wir... Hier noch so das restliche Stück, das... Ja, komm. Wir sind einmal beim Zaun dabei, dann machen wir das jetzt direkt. Jetzt hatte ich gesagt, hier gerade runter. Na, das ist nicht gerade. So geht's gerade hier runter. Da fängt der Weg an. Dann ziehen wir das Stück hier runter. Na, bis... Ja, bis hier, würde ich sagen. Und dann kann man hier vorne sogar den Eingangsbereich schon zumachen direkt. Ich würde sagen, na, das ist zu klein. Etwa hier, ne? Gucken wir mal, wie das aussieht. Das Stück können wir ja sonst... Immer noch weg machen. Oh, das ist ein schöner Abschluss hier. Sehr schön. Haben wir mal weg. Ah, ne, warte, so sehen wir mehr. Ah, ich glaube, so ist okay, ne? Der Eingang sollte groß genug sein. Auch für zwei NPCs. Ah, wird knapp, ne? Müsste aber passen. Sollte hinhauen. Und dann machen wir hier drin schön unseren Biergarten. Und möglichst die Bäume erhalten, die hier stehen. Oder wir machen nur den vorderen Bereich Biergarten, ne? Aber ich fände das immer so schön, wenn noch was an der Seite ist. Wenn wir nur den vorderen Bereich machen, heißt das, wir müssten hier abschließen. Hier den Zaun rüberziehen. Dann hätten wir nur hier vorne, ne? Wobei das ja schon reichen würde, ne? Wenn man gesagt hat, wir wollen noch so ein bisschen kleine Felder und Obstbäume hier was dran machen. So, was, wir ziehen hier einfach nochmal verkehrt in der Mauer. So, möglichst wieder nah dran. Jawohl. Und dann kämen die hier auf die Kante aus. Da dürfen wir. Passt. Okay. Mal eben gucken. Äh, warte. Mauer anlassen. Dann wäre das der Bier. Oh, ich glaube, das gefällt mir sogar noch besser direkt so. Das gefällt mir direkt besser. Ja. Ich würde sagen, dann wird das hier unser Biergartenbereich. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen Bretter und Rundholzer ausgewählt. Ich drücke wieder tausend verkehrte Tasten, so man merkt's. Ist immer das Problem, wenn man von zwei Spielen hin und her switcht, dann dauert. So. Wo können wir den denn jetzt am besten platzieren? Am liebsten hätte ich ja hier direkt zwei Tische. Stehen. Oder mach mal hier. Warte mal, Hammer. Da ist die Mitte. Ich würde sagen, wir machen hier schon mal mittig. Ah, jetzt macht er den so schräg, den Tisch. Na komm. Du hast doch gerade grün gehabt. Ne, das wollen wir nicht. So ist gut. Du hast den doch gerade grün. Da. Das passt. Dann, äh, gucken wir mal, wie das mit den Bänken aussieht. Stehen wir uns mal mittig auf den Tisch, würde ich sagen. Mal eben den Hammer weg, dann sehen wir es besser. Oh, so scheint relativ mittig zu sein. Ähm. Bänke müssten hier sein, genau da. War doch schon gerade baubar, da ist es. So nah wie möglich ranziehen. Dann machen wir noch die andere Seite schnell. Äh, da, da, da. Na, komm. So. Dann haben wir schon unseren ersten Tisch mit Bänke stehen. Diese Gestrüppe, ne, die Nerven, aber immer schade, dass man die nicht wegmachen kann. Sorry. Aber ist halt so, ne. Was man nicht wegmachen können, können wir nicht wegmachen. Wir haben auch schon wahrscheinlich zu weit platziert. Aber naja, egal. Sieht trotzdem gut aus, glaube ich. Ja, der sieht da schon mal ganz gut aus, der Tisch. Dann, ja, wo kriegen wir jetzt hier noch vernünftig zwei Tische an dieser Wand platziert. Mal eben den Abstand einschätzen. Das wird wahrscheinlich doof aussehen. Erstmal hier gerade dran. So, also relativ gerade. Da, Antich, dann schaffen wir mal keinen zweiten mehr da hinzusetzen. Das wäre wieder doof. Oder wir machen hier so eine Sitzgruppe hin, weißt du? Oder ein, äh, zwei, oh, eine große Sitzgruppe hier. So zwei Tische und die Bänke an die Wand. Das wäre es doch. Ach, verkehrt. Äh, das probieren wir mal aus. So, äh, warte mal, Mitte. Mitte wäre da. Das heißt, wir setzen... Wo ist das jetzt gerade da dran? Äh, ja. Ich hoffe, die NPCs können sich dann auch hier hinsetzen. Eine Werk... Ach, eine Werkbank, sag ich schon. Eine Bank. Machen direkt die zweite daneben. Jetzt habe ich... Ich bin gerade mit der Maus bewegt. So, Mist. Der ist nicht direkt daneben. Ah, jetzt hier. Da geht es. Aber bedingt der Tische werden wir da bestimmt ein bisschen Abstand brauchen. Ich würde das jetzt mal so setzen. Müssen wir jetzt mal gucken. Machen wir mal einen Tisch. So ist der Tisch etwa mittig davor. Bis wir den... Da dürfen wir platzieren. Na, komm. Ah, komm. Jetzt, so. Und ich glaube, mit dem zweiten Tisch, das passt sogar direkt. Ah, jetzt stehen wir perfekt in der Position, aber uns fehlt natürlich wieder Material. War ja klar. Hier mal eben Nachschub holen. So, da ist die Maus. Hier machen wir mal 30 Bretter. Bretter scheinen wir ja mehr zu brauchen wie Rundhölzer. Und nochmal 10 Rundholz. Mal ein bisschen überladen, aber ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich natürlich die Position nicht mehr drin. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir den Tisch hier jetzt bündig dran bekommen. So sieht ganz gut aus. Da war auch schon grün gerade. Ach, der spackt hier allgemein ein bisschen rum. Okay. Oder liegt das an dem Stock da? Mal eben aufheben. So, nochmal den Tisch auswählen. Jetzt dürfen wir ihn wieder drehen. Na toll. Gehen wir noch ein bisschen näher ran, dann sehen wir das besser. Ja, so ist gut. Bisschen rüber. Äh, das wirkt aber schon wieder leicht schräg. Ne, der scheint da an der Stelle echt rumzuspacken. Da gängig ist. Na, jetzt treffen wir die Stelle nicht mehr. Na toll. Jetzt haben wir sie. Ah, komm. So. Einmal platziert. Ne, das sieht doch gut aus. Ist natürlich schade, weil das immer so leicht uneben ist, dass es nicht ganz gerade ist. Aber das willst du machen, ne? Der Abstand sieht auch gut aus. Ne, das lassen wir so, ne? Mal eben mit Zaun gucken. Oh, das wirkt schon ganz gut. Ist die Frage, setzen wir noch eine Bank davor oder lassen wir das so? Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ja, wisst ihr was? Wir setzen doch Bänke davor. Wenn, dann machen wir es richtig. Das könnte ein bisschen knapp werden, aber müsste passen. So, mal gucken. So ist es wieder in etwa die Mitte. Und dann einmal Bank, bitte. So wirkt etwas mittiger. Ich denke mal, das ist so Kilometer weit weg, wo man die erst platzieren kann, ne? Versetzen wir uns mal. Äh, ersetzen. Stellen wir uns hier auch mal einigermaßen mittig hin. Dann hier die nächste, äh... Ich wollte schon wieder Werkbank sagen, mein Gott. Die nächste Bank. So. Das war ein leichter Fässer. Ja gut, das liegt daran, dass sie halt nicht gerade komplett stehen, ne? Das lässt sich jetzt leider nicht ganz ändern. Sieht ein bisschen doof aus, aber naja. Ist halt so. Aber jetzt stehen auch die Bänke davor. Und das sieht schon wieder direkt viel besser aus. Da haben wir hier die rechte Ecke schon fast komplett fertig. Ich würde sagen, ja, hier noch ein... Hier noch ein Tisch. Entweder jetzt so dran. Oder so längst nochmal. Frage ist halt, ob die sich wirklich da jetzt so hinsetzen können. Aber müsste theoretisch funktionieren. Sonst werde ich den ganzen Biergarten nochmal umbauen dürfen. Aber, äh, ja. Obwohl, wird ja bald Nacht, ne? Was heißt Nacht? Abends. Haben schon 16 Uhr. Wir haben so 18 Minuten, 19 Minuten um. Könnte sogar sein, dass wir das noch erleben, ob die sich hier vernünftig hinsetzen oder nicht. In dieser Folge. Jetzt ist aber die Frage, also hier kommt ja der Eingangsbereich. Da würde ich keinen Tisch hinsetzen. Das heißt, wenn dann erst wieder hier. Mal, wir wählen mal einen Tisch aus. Mal drehen. Würde uns das optisch gefallen, wenn da jetzt so ein Tisch steht. Und noch Bänke dran. Nee, das wirkt nichts, oder? Wir haben die jetzt alle so hier. Und dann da einen so stellen. Da bin ich mir echt gerade unsicher. Was machen wir denn hier noch? Obwohl, hier kann man die ja so stellen, ne? Ich würde schon fast sagen, jetzt sind wir gerade. Ja. Einigermaßen. Lauf mal ein bisschen zurück, bis bei den Bauendörfen. Da war es doch schon. Na komm. Zap. Einmal. Ah, ob hier zwei Tische hingehen. Wird knapp. Das wird mega knapp. Vor allem jetzt schon die Bank noch hier auf die Ecke zu bekommen. Aber wir probieren mal unser Glück. So, Hammer weg. Dann sehen wir besser, ob wir mittig sind oder nicht. So sieht ganz gut aus. Jo, passt noch. Sehr geil. Na komm, wir hatten es doch gerade. Da. Das geht. Dann probieren wir mal unser Glück in die Richtung. Äh, verkehrt. Da, da, da. Da war es auch schon. Na, so. Jetzt haben wir natürlich Gänseblümchen dazwischen und noch eine... Aber egal. Oh, das wird echt eng hier. Jetzt probieren wir mal direkt die nächste Bank da dran zu setzen. Ja. Brauchen wir schon wieder Bretter runter. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch genug. Gehen wir nochmal Bretter holen. Zum Glück hatte ich mal genug produziert an dem ganzen Kram hier. Sonst hätten wir das jetzt auch noch die ganze Zeit zwischendurch produzieren müssen. So, 30 Bretter nochmal mitgenommen. Äh, da müssen wir hin. Na komm mal, da kommen doch schon die ersten, oder? Ne, wirkte gerade nur so. Okay. Was sagt denn die Uhr? Ja, 17 Uhr. So langsam nähern wir uns der Feierabendzeit. Ähm, Bank. Ach, verkehrt. Das war ein Tisch. Da müssen wir hin. So, einmal Bank. Oh, guck mal. Die geht sogar direkt da. Oh, das ist nice. Das ist mega nice. Aber es wird knapp. Es wird echt knapp hier, die Ecke. So, ein Tischchen bitte. Ich glaube, wir sind zu weit nach rechts. Ja. Da geht es. Da sind wir zu nah dran. Ja, das ist immer so eine mühselige Sache, sich das alles zu platzieren. Aber ne, so ist in Ordnung der Tisch. So, jetzt hoffe ich, dass wir die Bank hier noch hinbekommen. Aber es sieht aus, als ob es vom Platz her reichen würde. Ach, mach ich schon wieder den Tisch. Aber es sieht so aus, als vom Platz her reichen würde. Ja, dicke, dicke. Da war es schon grün gewesen. So, Mitte haben wir etwa hier. Ja, mega. Ja, echt cool, dass das hier hinpasst. Na, komm. Jetzt wird grün. Da. Mega geil. Nochmal Hammer ausgewählt. Ist genug. Ja, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Nur die Lücke, da ist was zu groß. Aber die Wand wollten wir ja, glaube ich, nochmal ein Stück weiter runter. Oh, ich habe Angst, dass das nicht mehr hinhaut, wenn wir die neu machen. Mal gucken. Oder wir müssen die Wand hier nochmal neu ziehen. Das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, es wird ja langsam hier. Mach mal hier noch ein Tischchen, würde ich sagen. Aber ohne Bänke, direkt ein Tisch dran. Und dann können wir da irgendwie, weiß ich nicht, einen Eimer hinstellen. Einen Korb mit Zeug drin, ein Messer. So, als ob hier auch Sachen vorbereitet wären für den Biergarten dann. Da stellen wir auf jeden Fall einen Tisch hin. So, den ersten Besucher haben wir schon. Aber der geht natürlich rein, anstatt sich da hier draußen hinzusetzen. Muss mal warten, bis die anderen alle kommen. Ach komm, da war es auch. So. So, das sieht gut aus. Gut, dann könnte der Nächste, aber der rennt auch rein. Ist auch, ja, relativ mittig da platziert. Sehr schön. Dann kann man da ein bisschen Deko drauf tun. Wieso geht ihr jetzt alle rein? Setzt euch doch mal hier draußen hin. Ist ganz frisch gestrichen. Ah, guck mal die ersten hier. Sehr schön. So gefällt mir das doch. Seid ihr Brüder? Wer seid ihr denn? Unser Brezeljunge und der Nado. Nado? Nattboa, so. Eins zu eins der gleiche Skin, würde ich sagen. So. Ulrika gehört auch von der Jagd. Die scheint gerade Probleme zu haben. Ne, jetzt. Ja. Ja, du darfst dich ruhig setzen. Da wird sich auch gesetzt. Aber nicht da an der Wand, was wir eigentlich gucken wollten. Ah, jetzt hat sie sich hingesetzt. Sehr schön. Na, du traust den Braten noch nicht hier, Bertha. Kannst dich da ruhig hinsetzen. Wie gesagt, frisch gestrichen. Und ihr da drinnen, ne? Ihr vier, fünf. Warum setzt ihr euch nicht draußen hin? Da müssen ja eigentlich noch mehr kommen, ne? Na, da gibt der nächste. Der setzt sich da hin. Haben wir eigentlich noch eine Fackel? Ne. Dann machen wir uns schnell noch eine Fackel, dass wir etwas mehr sehen, wo es jetzt hier dunkel wird. Was war da? Zehn Stroh und... Ein Stock. Einen Stock haben wir? Okay. Ah ja, hatten wir vorhin einen aufgehoben. Stroh haben wir ja auch mehr als genug. Oh, viel zu viel. Immer noch viel zu viel. So, zehn. Einmal schnell eine Fackel, bitte. Äh, die dann einmal ausrüsten. Und dann können wir die auch benutzen. Ja, wenn man dann nicht wegtut, dann sehen wir auch wieder ein bisschen hier mehr. Ja, die Bertha will nicht, würde ich sagen, ne? Die Bertha mag nicht sitzen. Die traut dem Braten hier nicht. Aber haben wir nicht noch mehr? Ja gut, wir haben viele Kinder, ne? Äh, wo war das denn hier? Da. 40er Bevölkerung. Zählen wir doch mal eben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, ah gut, die Mütter, die stehen auch, glaube ich, alle nur in ihren Hütten, ne? Sechzehn, äh, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, äh, ja, 22. Da müssten aber trotzdem noch mehr hier kommen, oder nicht? Da müssten eigentlich noch mehr bei sein. Ah, guck mal, da könnte doch noch was. Nachzügler. War auch nur einer. Ja, wahrscheinlich kommt einem das so wenig vor, weil die ganzen Mütter noch weg sind. Die Kiddies platzieren sich doch eigentlich auch immer hier, ne? Aber sieht doch schon ganz nett aus. Ist die Frage, ob wir das nicht bei den Tischen belassen. Muss hier wirklich noch ein Tisch hin? Ah, komm, hier werden wir noch auf jeden Fall einen hinbauen. Hier so in etwa dann. Aber so längst dann hier. Und hier. Ich weiß nicht, eventuell stellen wir hier auch noch einen hin. Ah, gibt noch einen Nachzügel, aber dann war es das auch. Mehr Tische werden wir hier nicht bauen, das ist dann genug eigentlich. So mega viele Bewohner haben wir ja jetzt auch nicht. Das sollte reichen. Na, geht auch rein. Na toll. Und die Bärte hat sich immer noch nicht gesetzt. Ja, wir haben aber jetzt die halbe Stunde wieder fast voll. Wir haben ja auch hier angefangen, mal endlich den Biergarten zu machen, was wir vorhatten. Den werden wir am nächsten Part dann fertig machen, definitiv. Auch die schöne, äh, ja, schöne Steinwände dann machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Hat mich mega gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Haut da rein. Euer Nobody. Ciao, ciao. Ciao.